Hallo, ich bin Franz Lehmann, Applikationsspezialist für ICP-MS und ich bin seit Dezember 2018 bei Analytik Jena. Vielfalt bei Analytik Jena heißt für mich, dass wir ein Team sind aus sehr vielen verschiedenen Persönlichkeiten mit verschiedenen Hintergründen, die nicht mit Ellenbogen gegeneinander arbeiten, sondern die interdisziplinär und auch international ihre persönlichen individuellen Stärken einbringen, um unser Unternehmen und unsere Produkte voranzutreiben. Dabei liefert uns Analytik Jena die Möglichkeit, unsere Persönlichkeit auszuleben, unabhängig von Äußerlichkeiten. Und genau das macht uns zu einer sehr vielfältigen, vielleicht auch bunten Truppe, aber eben auch zu einer sehr authentischen Truppe. Und genau das ist es, so denke ich, was Kunden an uns schätzen, an uns als Partner. Nicht nur unsere fachliche Expertise, sondern eben auch unsere Nahbarkeit und Authentizität.